Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Sven und wer schon ein bisschen länger dabei ist, der kennt diese Wiese. Hier habe ich schon einiges gefunden, Gottesanbeterin und ja sehr viele schöne Bilder schon gemacht und heute ist Sonntag und ich bin wieder hier und das was ich schon mal sehe sind ein paar Schmetterlinge und ja da werde ich jetzt mal versuchen ob ich die erwische. Das Problem ist es sind ehrlich gesagt sehr wenig Blüten hier und ich habe so die Befürchtung dass die nicht lange genug still sitzen werden. Wer übrigens ja mein Video über meinen Prototyp von einem Makrostativ gesehen hat, das habe ich heute nicht dabei. Zum einen es liegt in meinem Auto und ich bin gerade mit dem Auto von meiner Mutter unterwegs und ja es wäre auch bei Schmetterling nicht wirklich sinnvoll. Jetzt werde ich erstmal meine Kamera schnappen und werde versuchen. Da vorne ist eine Blüte und da sitzt einer drauf. Ich glaube um diese Blüte werde ich mich mal aufstellen und da nicht mehr bewegen und hoffen, dass ich wie gesagt Schmetterlinge erwische. Das wird heute ja meine persönliche Aufgabe. Ergebnisse später. Hier nun ein paar Aufnahmen, die ich mit meiner großen Sony gemacht habe und dem 200er Makro. Ich konnte die 180 Grad Regel nicht einhalten. Ihr seht es hier Schachbrett beziehungsweise Damenbrett Schmetterling. Lateinischer Name steht auch noch dabei für die Leute, die es unbedingt wissen wollen. Ja, das war dankbare Motive. Die haben eifrig getrunken. Es waren maximal sogar drei auf einer Blüte. Es war so richtig viel los und ich konnte wirklich sehr sehr viele Bilder in kurzer Zeit machen und das ist natürlich ideal, weil man hat auch einen Ausschuss. Wie gesagt frei Hand. Dann natürlich, ihr seht das auch ein bisschen im Hintergrund. Es war windig. Es war sehr warm. Es war anstrengend auch in der Sonne. Es war halb elf, elf glaube ich und war ziemlich warm. Ja, was gibt es zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ihr seht ziemlich gut, dass es mit 200 mm sehr schön geklappt hat. Auch mit dem Bokeh im Hintergrund ist das ziemlich gut. Ich habe neulich ein Video gesehen, dass 200 mm oder 150 mm eigentlich unbrauchbar wären für kleine Tiere und so was. Also das ist ehrlich gesagt Geschmackssache. Wer Makrofotos macht, wird über kurz oder lang eh verschiedene Brennweiten besitzen und dann auch wissen, wann er sie richtig einsetzt und eben wann nicht bzw. wann er welches Objektiv einpackt. Ja, ich zeige euch jetzt erst mal die Bilder mit ein bisschen Musik. Ich lasse die diesmal ein bisschen länger stehen. Das letzte Mal wurde sich beschwert, das ginge zu schnell. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kleine Zwischenbilanz Ich glaube ich bin jetzt so 20 Minuten hier und habe 500 Bilder gemacht, ein bisschen Video Und ja, ein Schmetterling, der war sehr dankbar Eine Krabbenspinne, leider ohne Erfolg Die Pflanze, also die Blume wurde dann gar nicht mehr angeflogen von den Schmetterlingen Beziehungsweise ich glaube sie hat auf was Kleineres gewartet, weil die war noch nicht sehr groß Ja, ansonsten ist es hier ziemlich mau Und das ist glaube ich immer noch, zumindest ein Teil der Wiese ist fast flach Und das ist vor zwei Jahren passiert, denn hier wurde gemäht Und nach der großen Trockenheit ist hier alles verdotzelt Und irgendwie, ja, gibt es einfach da oben keine Blumen Es gibt sowieso wenig Blumen Sehr merkwürdig, sehr sehr merkwürdig Gottesanbeterinnen sind noch zu klein Ja, also müsste man sehr lange suchen Ich möchte es mal so sagen Ich glaube ich werde mal umsiedeln An, ja, in Bodenwald an einem See Da war ich auch glaube ich beim letzten Video Oder zumindest habe ich da Bilder gezeigt Ja, und wenn ich Glück habe, finde ich da ein paar Libellen und sowas Und ansonsten, ja, nutze ich den schönen Tag an der Sonne So ihr Lieben, ich bin in den Odenwald gefahren In Fürth gibt es so eine Art, ja, Stausee Das ist, falls hier Hochwasser ist, kann man hier ein bisschen fluten Ähm, ja, ich habe ein paar Libellen fotografiert Ich hoffe, dass was dabei ist Ein paar Bienen, eine Hummel Hier hätte ich gerade so eine schöne blaue Libelle Aber die ist so am rumfliegen, dass ich sie nicht erwische Ähm, noch eine Nisse ist auch gerade wieder da Hier auf der anderen Seite sucht Ich weiß gar nicht, was sie sucht Aber sie ist da Ähm, ja, mit der Kamera kann ich das euch nicht aufnehmen Habe ich aber auch schon fotografiert Äh, ich weiß nicht, ob das dieselbe ist Aber hier gibt es auf jeden Fall auch Hornissen Wahrscheinlich da drüben in diesem toten Baum Beziehungsweise, hallo Ja, Hornisse Ich zeige euch die mal Vielleicht seht ihr sie Jetzt ist sie so, doch da, da fliegt sie Ja Vielleicht seht ihr sie Also auf einem großen Monitor Ja, Schmetterlinge Hier gibt es zwar ein paar Ich glaube Zitronenfalter Bin mir gar nicht so sicher Ja, jetzt kommen aber dummerweise immer wieder Wolken an Das senkt natürlich Also es ist gut, was den Kontrast angeht Weil es nicht so hartes Licht ist Ist ja gerade auch Mittagszeit Aber, hm, ja Die ISO geht halt hoch Weil man halt doch ein bisschen hochgehen muss Mit der, ähm, ja, mit der Blende Aber, ja, wer Makrofotos macht Der weiß das Dann habe ich noch so ein paar Paro, äh, gepaarte, äh, Libellen gesehen Die dann so ein Herz bilden Allerdings nur kleinere Arten Ja, muss gestehen Ich kenne nicht alle Leider Ich bin da nicht so der Super-Guru Okay Ja, also jedenfalls, ähm Ich habe ein paar Fotos heute gemacht Also viele Fotos gemacht Wie gut die geworden sind Kann ich erst zu Hause feststellen Ähm, ja, wer Fragen hat Unten in die Kommentare Ähm, die Sie sehen hier Auch bei Fürth Da gibt es zwei übrigens Äh, das ist kein Geheimnis Da kann jeder hinfahren Und, äh, ja, ich zeige euch das nochmal so Auf dieser, ähm, ja, Böschungs- oder Uferseite Jetzt noch nicht Aber ich habe wirklich hier schon Alle paar Meter zum Beispiel Zebraspinnen gefunden Oder, ja, Zebraspinnen Wespenspinnen Ich weiß jetzt nicht Ist das dieselbe Art Ich kenne es einmal so, einmal so Also hier sind wirklich sehr, sehr viele Jetzt werde ich wieder die Kamera schnappen Weil ich sehe die große Libelle Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißt Irgendwas mit Blau Blauschwanz, ähm, ja, also da ist viel Vor mir ist dann auch noch so ein kleiner Fisch im Wasser Habe ich vielleicht auch auf dem Video drauf Ist aber nicht gut Ich habe keinen Polfilter dabei Ja, also ich bin sehr gespannt Was dabei rumkommt Und, ähm, ja, auch hier gilt eins Wie immer in der Makrofotografie Oder überhaupt in der Fotografie Rausgehen Bilder machen Zuhause sichten Was nichts ist Wegwerfen Und, ähm, ja, mal hat man Glück Mal hat man auch Pech Ähm, ist so Es ist irgendwie noch sehr ruhig Obwohl es ja sehr viel geregnet hat Finde ich, ähm, die Natur ist Also, jetzt muss ich wirklich mich mal um die Libelle kümmern Weil die fliegt hier vorne Ich weiß nicht, ob ihr sie seht Ähm, ja, so gerade durchs Bild Also, ähm, hier vorne fliegt sie oft durch Und vielleicht kann ich sie hier erwischen In diesem Sinne, ähm, Ergebnisse seht ihr jetzt im Anschluss Ich sage schon mal an der Stelle Tschüss Bis zum nächsten Video Ciao Bye, bye Euer Sven Bis zum nächsten Video 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 Ja, also da ist alles voller Brennnessel Wo man Bäume sehen kann, die gefällt wurden vom Biber Bis zum nächsten Video